hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die ja noch den ticket und heute habe ich das spiel kings king strong ja ich habe so nicht gespielt ich habe es mir gerade runtergeladen ich bin gespannt was da auf mich zukommt ja und müde bin ich auch noch geht ganz büttchen erst mal musik er machen es geht da ist ein rotariker den werde ich nehmen ja ich heiße reddog bestätigen also so red tack nah das passt ok dann bin ich halt es ist ein time of great unrest the realms five kingdoms have been at war since before your father took the throne each kingdom vies against its neighbors for land wealth and power one day you will take the throne in your father's stead how would you reunite such a fractured realm wie möchte ich das reich vereinen mit feuer und schwert diplomatie und verständnis wozu leben bereits bloß und 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 Ja, das war so schön. unter dem Cover of Fire and Confusion have infiltrated the castle grounds You awaken to the sounds of Metal on Metal and the screams of dying men You make your way through darkened passageways toward the castle's throne room The scene in the throne room's antechamber is grim The king You enter the throne room just as a black-clad knight plunges his sword into your father's chest As the life drains from the king's eyes the knight turns to look at you and begins to speak Ah, how convenient The impudent whelp has come to join his father I'll make short work of you just as I did this old fool The black knight lunges towards you swinging his sword in a wide arc By instinct alone You draw your sword just in time to defend yourself against his attack parrying his blow and striking back London is good Your sword clangs heavily against the knight's helmet which cracks and then shatters As his broken helmet clatters to the floor and his greasy black hair falls free You find yourself standing face to face with your cousin Brutus Brutus! How could you? To turn against your own uncle and slay him in cold blood? Your father was a coward and a fool and you are no better What makes either of you worthy to rule? Black knight What makes you like the man who can be A man of the people Hmm The middle of the people He's the king the dead man and noble servant Brutus Wir müssen ihn nachzudenken. Ich werde eine Vengeance haben! Wir alle wollen Vengeance, Johannes, aber lass es für die Zeit sein. Du hast mehr Pressing-Battern zu beantworten. Mit deinem Vater dead, du bist jetzt King. Als der neuen King, was wird dein erstes Verhalten sein? Die Rache in meinem Sinne. Eine, die die Königse rufen. Er ist meine Königswache. So be it. Lass dein Name resound across the kingdom, and your deeds echo throughout history. Long live the King! I have just received word that Brutus has gathered his forces at the city gates. If we don't respond in kind, he will march on the city proper. You need to gather soldiers before you can march to battle, Grace. You can collect gold and recruit soldiers from the throne. We now have enough soldiers to confront Brutus, Your Grace. His forces wait for us beyond the city gates. Let's march. The only beneficiaries in their tanks have remained dirty. Today we are ready for the som我们. This erasmus hat. This failing will er- The soldiers seem like you've passed them, Who is their charge of aокой? Wir haben uns gefunden, Kommandant. Bitte, ich mich jetzt attackieren. Ich empfehle dich, zu bleiben. Wir brauchen mehr Kraft, wenn wir den Krieg verlettern. Ich bin jetzt stark genug, um den Krieg zu nehmen. Wir gehen in den Krieg. Du solltest für deine Krieg. Du solltest mich nicht verletzen, Junge. Kein Problem. Du solltest mit deinem Vater sein. Oh, schon vorbei. Ich bin jetzt. Die Krieg hat mich abgeholt, Herr Gräse. Wir nehmen einen Moment, um unsere Kraft zu holen, bevor wir sie zu tun. Wenn du dich gewaltt, die Krieg und die Glück werden sicher sein. Vorher zu gehen, wir schauen uns, was du hast. Du bist schon weit gekommen, deine Liebe. Es wird klar, dass deine Rüge sein werden. die zeit ist schon rum. das spiel war sehr interessant. ein story spiel. dann sehen wir uns bis morgen. ich hoffe euch hat es gefallen. ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten video dabei seid. bis da wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen. tschau tschau